So ihr Lieben, zurück bei auf, man weiß es nicht, Fallout 4. So, dann machen wir auch gleich weiter. Ich habe mal in der Zwischenzeit meine Waffe gepimpt. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft, dass wir hier reinkommen. Normalerweise müssen wir ja da drüben rein. Wir gehen einfach mal rein. Wir gehen mal rein. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, wie es läuft. So. Ne, freilich. Müssen wir doch hier. So. In den Spielkurswort müssen wir unter die Messies gehen. Weil, geht nicht alles. So. Nur sammeln erst mal alles. Was? Was, was wir jetzt erweckt. Man hat mir klingelt. Kloom. Hat es gemacht. Ping. So. Und so. Das ist für nix. Also ich lese jetzt nicht alles aus den Turmelets vor, ihr könnt euch das ja passieren und Ich warte, ich warte eine Sekunde, gut, gut, so, wir haben nichts mehr. Ja, du bist übelst laut, aber dafür kann ich ja nix, ne, der Armer, so, einen Helm braucht er nicht, ne, schmäh, die nehmen wir mit, Kliperne, Sarandello, Luka, Flasche, Patronen nehmen wir mit, das Moni ist, äh, Inspektor und Rücken nehmen wir mit, Helm brauchen wir nicht, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, gut, äh, nö, 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 nö. So, wir gucken mal weiter. Das ist der Kappen, wo ihr habt. Wir sollen ja nach unten. Ach, wir gucken erstmal hier. Wir gucken erstmal hier. Wir kommen da raus, ne? Ja, das Dach wollen wir nicht. Wir müssen das Wasser hinbekommen. Von daher... Noch ein kleines Stück. Noch ein kleines Stück. Noch ein kleines Stück. Jetzt. Jetzt. Ja. Wir haben alles mit. Alles mit, ne? Was haben wir hier? Ordnung. Also ich spiel das Spiel schon lange. Ich weiß auch noch nicht, vor was die Ordnung so eigentlich gut sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aluminium. Also Aluminium ist sehr wichtig. Braucht ihr dann später mal zwecks verbesserte Waffe. Und... Und... Also ich habe eine Fahrstuhlerfahrung, dass sie nie funktionieren, dass sie manchmal... Ja. Und sich das später aufhängt. Also vorher speichern. Und... Ich habe das Wort. Gehst du? Geh weg. Geh! 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 Wir lassen das mal. Mal gucken, ob wir was bieten können. Ja. Alles mitnehmen. Das gleiche. Okay. Lassen wir. Nehmen wir das. So. Keine Ahnung. Seife. Seife für Öl. Wir haben Seife für Öl. Gut. Was haben wir hier? So verspannt. Aber ich glaube, da kommt man noch nicht rein. So. So. Hier schön das. Äh. Labor. Oh. Oh. Das ist ja die Tür. Ja. Ah. Die nehmen wir trotzdem mit. Falls es funktioniert. Äh. Falls es funktioniert. Es wächst. Äh. Na. Pyrog. Nehmen wir die mit. Weißen alles Punkte. Au. Guck mal. So. So. Alles. Punktes. Mal gucken wir mal wo hier reinkommen. Cool. Mh. Mh. Das ist der richtige Weg. Egal. Wie du mit den Aschenberg. Luten. 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 Fakoul. cules. Luten. Fakoul. schön. Luten. 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 Schroros. Siegen. Schroder. Fuck. ja ich weiß jetzt was wo ganz pfeifen Du hast eine Ausgabe von Pickles Fensch gefunden, du kannst, äh was, haha, haha, what, cool, naja, Möbel, ach ja, ja, machen Sie ein bisschen Gehirnjogging? Ne, machen wir nicht, das ist echt ein Erbieter, äh, ja, Turmsteuerung brauchen wir nicht, aber ich glaube, die Minus, Minus sind die gleichen, ja, Turmsteuerung lassen wir an, weil, kriegt ja alles Punkte, wenn man die killt, Ja, halt nach, so, gut, trotzdem mal runter, äh, hier, alles mitnehmen, so, ich muss mal doch, also, ja, mit, wo ist Jürgenskern, wo ist denn der? Ich geh jetzt, kein Versionskern, stehen alle verkehrt rum, ja, dann nicht, nehmen wir sie nicht mit, nee, kriegt man ja nicht mit, ähm, alles mitnehmen, So, dann nehmen wir auch mit, nehmen wir auch mit, nehmen wir auch mit, auch mit, auch mit, Ähm, hier, okay, 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 warum? Gibst du mal noch mal ins Dummene, mal gucken? Glaube ich, aber eigentlich stand doch bloß, Turmsteuerung. Hm! aber ich glaube bekommt dann trotzdem nicht noch nicht rein so noch alles die formung knopf drücken Ok, ja gut, dann wissen wir. Ah, das ist so ein bisschen. Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Aschmann, guck mal. Alles durchsuchen. Oh, das war ja noch die Tür. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, bevor wir die Tür öffnen, sehen wir uns. In der nächsten Folge. Ich glaube, wir müssen hier rein. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und somit ein Mega-Däumchen für euch. Ein Däumchen für mich. Und da bin ich erstmal. Bye.